Ja moin, schön, dass du heute bei diesem Video dabei bist, in dem es um den Bootskauf geht. Gerade so am Anfang ist immer so die Frage, worauf soll ich überhaupt achten beim Bootskauf? Beim Kraftfahrzeug hat man oftmals ja schon Ideen, das Modell gefällt mir, die Marke gefällt mir, die Ausstattung oder da entsprechend weniger. Und gerade beim Boot ist das ein bisschen kniffliger. Und heute habe ich 13 schöne Tipps für dich schon mal im Gepäck. Wir starten auch direkt durch mit Tipp Nummer 1, definiere dein Ziel. Überleg dir im Vorfeld, was möchtest du überhaupt mit dem Boot anstellen? Wenn du zum Beispiel nur Wasserski laufen möchtest, dann brauchst du ein schönes, schnelles, flottes Boot, aber in der Regel keine Übernachtungsmöglichkeit. Zum Beispiel möchtest du mehr auf Touren gehen, dann brauchst du natürlich auch Übernachtungsmöglichkeiten und auch eine gescheite Kombüse. Bist du der Tagesfahrer, die Tagesfahrerin, die den ganzen Tag unterwegs sein möchte, aber im Grunde eigentlich gar nicht übernachten möchte, aber mal einen Kaffee kochen können? Na ja gut, dann brauchst du viel Platz im Cockpit und eine kleine Kombüse. Aber da unterscheidet sich ja im Endeffekt schon, was für ein Bootstyp möchte ich eigentlich? Hinzu kommt natürlich auch, möchte ich dann auf der Tour flott fahren können, auch über den Rhein plästern können oder grundsätzlich langsam, gemütlich und sparsam unterwegs sein? Welchen Typen an Boot bevorzugst du? Tipp Nummer 2 ist die Rundreise. Fahr doch einfach mal zu ein paar Häfen in deiner Nähe, schau dich mal in dem Hafen um, dann lernst du verschiedene Werften, Bootstypen, Bootsarten, Fabrikate schon kennen und kriegst dann so eine Idee, das finde ich doch schon ganz ansprechend, das eher nicht, das ist mir zu altbacken oder wie auch immer. Aber vielleicht kann man ja auch mal in das ein oder andere Boot einen kleinen Blick werfen, kriegt schon eine Idee davon, wie diese Werft denn im Grunde das Boot ausgestattet hat oder gebaut hat. Ob es deinen Ansprüchen, deinen Zielen entsprechend schon näher kommt. Darüber hinaus, viele Bootshändler in Deutschland haben auch eine Ausstellung, da findet man auch nicht nur Neuboote, sondern auch Gebrauchtboote. Und auch da kann man sich dann natürlich Boote einmal anschauen und die Typen, die Marken entsprechend kennenlernen. Natürlich eine super Sache. Tipp Nummer 3, die beste Zeit. Für mich ist für den Bootskauf die beste Zeit immer der Winter. Warum? Weil viele im Grunde die Saison noch ausnutzen, im Sommer im Grunde noch fahren und dann kommt der Winter, das Boot kommt ins Winterlager. Man hat dann auch keine Lust mehr, irgendwas vielleicht zu reparieren, zu machen, instand zu setzen, zu pflegen oder wie auch immer. Weil man hat ja schon den Gedanken, ich will das Boot verkaufen. Demzufolge hat man oftmals im Winter ein Überangebot, es sind mehr Boote auf dem Markt. Das könnte natürlich auch wieder den Preis drücken, was für dich als Käufer oder Käuferin natürlich dann von Vorteil ist. Also für mich die beste Zeit der Winter. Tipp Nummer 4, das Internet. Vorsicht bitte mit dem Internet. Im Endeffekt, wenn du Annoncen im Internet findest und es sind Bilder dabei, die oftmals dann auch ansprechend sind, ist nicht gesagt, dass diese Bilder tatsächlich noch aktuell sind. Also hier würde ich doch im Grunde erstmal die Frage stellen, den Verkäufer kontaktieren und fragen, wie alt sind denn diese Fotos? Frage bitte nicht, ob die Fotos aktuell sind, denn für manchen heißt auch aktuell, wenn die Bilder schon ein Jahr alt sind. Nein, du brauchst auf jeden Fall wirklich tagesaktuelle Fotos. Wie sieht das Boot jetzt aus? Das ist wichtig. Lass dich also nicht von alten Bildern im Grunde täuschen. Es müssen aktuelle sein. Tipp Nummer 5 ist die Recherche. Wenn du eine Anzeige liest im Internet oder in einer Bootszeitung oder sonst irgendwo, dann beginne mit Recherche arbeiten. Darunter ist zu verstehen, hat das Boot Vorschäden? Steht das in der Anzeige schon drin? Wenn nein, kontaktiere den Verkäufer. Frage mal nach. Wenn es Vorschäden hat, sind diese repariert worden? Wie massiv waren die denn? Oder sind sie noch nicht repariert worden? Es muss noch getan werden. Wie sieht es auch aus mit Ersatzteilbeschaffung? Wenn ein Motor angegeben ist, dann erkundige dich doch mal im Internet, ob es für diesen Motortyp auch noch Ersatzteile gibt. Ob man da gut noch drankommt oder ob das in der Tat schon schwieriger ist. Also ein bisschen Recherchearbeit wäre da wichtig. Tipp Nummer 6. Wasser. Versuche rauszukriegen, gehört auch so ein bisschen zur Recherche, in welchem Wasser das Boot am häufigsten unterwegs war. Salzwasser oder Süßwasser? Gerade wenn man an die Stahlverdränger denkt, da haben wir innenliegende Maschinen, also im Boot verbaut, und die werden mit Seewasser gekühlt. Und das ganze Wasser, das Salzwasser dann im schlimmsten Fall, läuft ja dann durch Schläuche und Rohrleitungen. Im Prinzip für die Kühlung durch einen sogenannten Wärmetauscher. Und je länger natürlich da Salzwasser durchfließt, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit da oder umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Rohrleitungen auch von dem Salz schon angefressen, angeknabbert sind und vielleicht da irgendwann mal eine Reparatur ansteht. Salzwasser ist viel aggressiver, es greift also auch eher den Rumpf an, besonders natürlich dann bei einem Stahlboot. Deswegen interessant zu wissen, war es eher im Süßwasser, ungefährlicher, oder im Salzwasser, aggressiver, unterwegs. Tipp Nummer 7, die Besichtigung. Kein Bootskauf ohne Besichtigung. Ich glaube nicht, dass du dir ein Auto kaufen würdest, ohne das Ding jemals vorher gesehen zu haben. Das gleiche gilt auch dann fürs Boot. Auf jeden Fall einen Besichtigungstermin vereinbaren und das Boot anschauen und auf Herz und Nieren im Grunde prüfen und in jede kleine Ecke lauern. Also niemals ein Boot kaufen ohne eine Besichtigung. Tipp Nummer 8, Zeit. Lass dir Zeit, lass dich nicht drängen. Oftmals hat man das schon, wenn man einen Termin für eine Besichtigung vereinbaren will. Ja, da kommen morgen Abend noch 27 Leute vorbei, das Boot ist so gut wie weg. Lass dich nicht stressen, dann ist das so, dann findest du ein anderes Boot. Du wirst bestimmt dein Wunschboot, dein Traumboot finden. Nicht drängen lassen. Tipp Nummer 9, die Vorabkosten. Im Grunde vor dem Kauf entwickeln sich schon gewisse Kosten. Als Beispiel alleine schon, du musst, weiß ich, wohin fahren, um dir das Boot mal anzuschauen. Und da kann es auch vorkommen, dass du vom Ruhrgebiet aus nach Berlin hochfährst. Was sind das? 500 Kilometer? 400? Ich weiß es nicht. 450, nehmen wir mal die Mitte. 450 Kilometer hin, 450 zurück. 900 Kilometer, das kostet Sprit, das kostet Zeit. Vielleicht mit Übernachtung, die kostet dann auch noch Geld. Also auch da sind schon im Vorfeld ein paar Investitionen nötig. Das kalkuliere ich schon mit ein. Ebenso ist immer die Frage, ob das Boot, wenn es an Land steht, gerade während der Besichtigung, ob das nochmal eingekranet werden soll. Ich kann jetzt auch verstehen, dass ein Eigner natürlich sagt, boah, ich kann ja jetzt nicht bei jedem, der kommt hier rein und rauskranen. Dann überlege dir vielleicht, was du da anbieten kannst oder möchtest. Dass du vielleicht sagst, okay, ich beiße in den saugenden Apfel, dieses Boot interessiert mich sehr. Ich würde das auch auf meine Kosten einkranen lassen. Dann kann man sich auch informieren, was es da vor Ort kosten würde und selber entscheiden, ob man das machen möchte oder nicht. Tipp Nummer 10, du. Tipp Nummer 10 bist du. Wieso du? Achte auf dich. Wenn du dir das Boot anschaust, achte auf dich. Nimm einen Blog mit oder ein Buch, wo du was notieren kannst, mach dir Notizen, schreib dir alles auf und erarbeite dir eine Checkliste. Was ist für dich wichtig? Was möchtest du fragen? Was sollte gefragt werden? Und diese Eigenbeobachtung, die ist auch schon wichtig. Denn wenn du ins Boot reinkommst und sagst, mein erster Eindruck war eigentlich so, öh, nee, ist nicht so, notiere dir das direkt. Der erste Eindruck war so und so. Mein Bauchgefühl zur Elektrik war so und so. Mein Bauchgefühl zum dies und das. Schreib dir das alles auf, denn wenn du dir da ein Boot anguckst und dann zwei Stunden beschäftigt bist oder sonst was und nachher es dann darum geht, ob du es kaufen möchtest oder nicht, dann fällt einem oftmals, fallen einem oftmals gewisse Dinge schon nicht mehr ein und dann helfen die Notizen. Wenn dein erster Eindruck war, boah, die Bude stinkt total vermufft, verschimmelt, wie auch immer, schreib dir das direkt auf. Der Kniff bei sowas ist nämlich zum Beispiel, wenn man das erste Mal an Bord kommt, dann riecht man das sehr intensiv. Und wenn ich dann rausgehe und nachher nochmal reingehe, dann schon wieder weniger. Ich habe mich eigentlich schon so ein bisschen dran gewöhnt. Und dann helfen natürlich immer gut die Notizen. Also alles, was du fühlst, was du dir denkst oder da habe ich so Skrupel oder weiß nicht, ob das repariert werden muss, dann schreib dir das doch lieber auf. Dann kann man im Nachgang auch nochmal recherchieren und dann nimmt man den Worst Case und geht einfach davon aus, es müsste repariert werden. Dann weißt du aber auch, was finanziell auf dich zukommt. Also du kannst besser planen. Tipp Nummer 11 sind die Unterlagen. Lass dir auch bitte mal die Unterlagen zeigen. Den Bootschein, ist denn die Zuteilungsurkunde für den Funk mit dabei? Ist die CE-Konfirmitätsbescheinigung mit dabei, wenn es sich um einen Werfbau handelt? Auch da kann man ganz böse auf die Nase fallen. Allein bei uns in Oberhausen ist mal der Fall eingetreten, da hat jemand ein Boot verkauft. Und dann ein paar Wochen später hat dann der Käufer Post bekommen im Endeffekt. Und dann ist rausgekommen, dass er dieses Boot hätte gar nicht kaufen dürfen. Ergo der Verkäufer hätte gar nicht verkaufen dürfen, weil sich das Boot offiziell nach Verträgen gar nicht in dessen Eigentum befunden hat. Und da möchte man natürlich auch nicht vom Regen in die Traufe geraten. Also prüfe bitte einmal die Unterlagen. Schau, ob der Verkäufer auch tatsächlich der Eigner ist. Wenn nein, ob er denn die Befugnis hat, das Boot verkaufen zu dürfen. Denn es kann ja auch mal im Auftrag sein. Punkt Nummer 12. Kein Bootskauf ohne Probefahrt. Auf jeden Fall bitte, bitte, bitte eine Probefahrt machen. Aus verschiedenen Gründen. Erstens möchte man natürlich wissen, dass der Motor vernünftig läuft, dass der schnurrt wie ein Kätzchen, dass da keine komischen Geräusche sind. Wenn ich während der Fahrt schon Vibrationen feststelle, ist oftmals so ein Hinweis auf einen Lagerschaden. Der Propellerwelle zum Beispiel, da müsste das Lager getauscht werden. Darüber hinaus möchte ich das Fahrverhalten ein bisschen kennenlernen. Dann ist das Boot für mich geeignet. Ist es handelbar oder ist es mit der Maschine viel zu spritzig oder ist es mir zu lahmarschig? Das kriege ich alles nur raus während einer Probefahrt. Da sind wir dann auch wieder bei dem Thema oder dem Gedanken, Kranung, Besichtigung. Wenn das Boot gerade an Land steht im Winterlager, lasse ich es denn jetzt nochmal ein Kranen. Im schlimmsten Fall auf meine Kosten. Aber ohne eine Probefahrt, Entschuldigung, würde ich kein Boot kaufen. Der nächste und letzte Tipp, das wäre der Profi. Wenn es da um viel Geld geht und da möchte ich niemandem ins Portemonnaie gucken, für den einen sind 1000 Euro ganz, ganz viel Geld, für den anderen sind 100.000 ganz, ganz viel Geld. Es ist egal, um welchen Geldbeutel es geht. Wenn du für dich sagst, boah, da geht es um eine ganze Stange Geld und du dir nicht absolut sicher bist, alles abgecheckt, abgeprüft zu haben, dann nimm doch lieber auch einen Experten mit. Es gibt genügend Sachverständige, die man buchen kann und die dann mitfahren, sich das Boot anschauen, auf Herz und Nieren prüfen. Also im Zweifel auch das als im Grunde Besichtigungskosten sozusagen einplanen. Da kann man auch mal den einen oder anderen anrufen und fragen, was kostet denn überhaupt so eine Besichtigung, wenn also jemand mit dabei ist. Ich hoffe sehr, dass diese Tipps dir weiterhelfen, deinen Traum vom eigenen Boot zu verwirklichen. Wenn du Interesse hast, wir haben noch so einen kleinen Workshop, da geht es noch viel tiefer in die Materie. Das heißt, da gucken wir auch noch mal drauf, was genau schaue ich mir denn beim Rumpf an, was genau schaue ich mir beim Motor an, worauf muss ich denn achten bei der Elektrik zum Beispiel. Also da sind viele, viele, viele tiefergehende Tipps und Tricks noch drin und schau einfach gerne mal in unseren Terminkalender, da sind die nächsten Workshops drin und den Kalender, den verlinke ich dir einmal hier unten in den Kommentaren. Ich hoffe, dass diese Tipps dir schon weiterhelfen, deinen Traum vom eigenen Boot zu verwirklichen. Wenn du Interesse hast, wir haben noch so einen kleinen Workshop und da gehen wir viel tiefer noch in die Materie, denn da reißen wir wirklich mal auseinander. Worauf achte ich denn jetzt, wenn ich mir den Rumpf ansehe, wenn ich mir den Motor ansehe, wenn ich mir die Elektrik ansehe, worauf sollte ich sonst noch so achten? Luken, Gerüche, Zustand, all das drömmeln wir da auseinander und da können natürlich auch ganz viele Fragen deinerseits gestellt werden. Schau einfach mal in unseren Terminkalender, die nächsten Workshops stehen da mit drin und den Link zum Kalender, den schreibe ich dir unten mal in die Videobeschreibung rein. Ansonsten vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, Handbreit!